In den heutigen VIVI News gibt es die Ankündigung für den nächsten Marvel Comic NFT Drop. Außerdem haben wir die Ankündigung für Platin Moments von Disney. Wann das Ganze droppt, was da droppt, darauf gehen wir auf jeden Fall genau ein. Und es gab auf jeden Fall auch das Binance Interview. Das sind sehr viel mehr heute in diesem Video. Willkommen on board, ich bin es, dein Captain, dein VIVI und schon mit den wichtigsten VIVI News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr auf jeden Fall meinen Kanal gefällt und in Zukunft nichts mehr verpassen möchtest, dann aktiviere auf jeden Fall die Glocke und abonniere meinen Kanal. So verpasst du definitiv keinen Content mehr von mir. Jetzt würde ich aber sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Und ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle mit dem kommenden Comic Drop. Und zwar nämlich Hulk Hashtag 1 aus dem Jahre 2008 mit der First Appearance des Red Hulks. Das sind einmal die Comics Cover, die wir hier sehen werden. Das Ganze wird am Dienstag, dem 21. März um 16 Uhr deutscher Zeit. Droppt natürlich wie immer mit exklusiven Rare und auch Ultra Covern. Und wir schauen uns auch direkt mal hier die Drop Details an. Zu dem gesamten Comic Drop. Wir haben hier insgesamt wieder eine Auflage von 7500 Stück und einen Listenpreis von 7 Gems. Ja, ist halt eine relativ basic Aufteilung mittlerweile. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, hier insgesamt drei Blindboxes zu holen, falls es möglich wird. Ich denke mal aber, dass es tatsächlich möglich sein wird. Denn das Comic ist nicht allzu teuer, wenn man sich das Ganze mal auf Go Collect anschaut. Jedenfalls dort bekommt man eine 9.8 hier schon für 290 Dollar. Das ist nicht gerade viel. Außerdem gibt es von einer 9.8 in etwa 1400 Stück, was schon wirklich eine extrem heftige Menge ist. Und dementsprechend wirkt sich das natürlich auch auf den Preis aus. Anschließend kommen wir zu der Ankündigung, warum du wahrscheinlich auch auf dem Video bist. Und zwar nämlich die Platin Moments kommen auf Vivi zum 100-jährigen Jubiläum von Disney. Und wir werden hier insgesamt vier Collectibles sehen. Und zwar nämlich am Mittwoch um 16 Uhr deutscher Zeit. Und wie gesagt, wir bekommen hier auf jeden Fall insgesamt vier Collectibles. Series 1 sehen wir tatsächlich schon hier einmal vorne drauf. Und zwar nämlich einmal natürlich Miki. Und das ist tatsächlich Series 1. Das heißt, wir bekommen hier auch weitere Series noch im Verlauf des Jahres. Und was auf jeden Fall interessant ist, wir haben hier auf jeden Fall eine Menge Platin Moments, die dort kommen könnten. Zum Beispiel haben wir hier Winnie de Pooh. Zum Beispiel wir haben Mimini, wir haben Donald. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir hier dann auf jeden Fall auch sehen unter den ersten Vieren. Du kannst mir auf jeden Fall sehr gerne in die Kommentare schreiben, was du denkst, welche drei wir noch dazu bekommen. Wie gesagt, also von dieser Liste hier, beziehungsweise von diesem Bild sehr wahrscheinlich. Und was tatsächlich auch noch ganz interessant ist, Alex hat hier diesen Retweet einmal rausgegangen. Und zwar nämlich, ja, einen Hammer und eine Zange. Und dann gleichzeitig Strich Burn V1. Ob das jetzt eventuell ein Burn Event wird, wo man dann sozusagen Golden Moments burnen kann, um dann sich ein Platin Moment zu holen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das dann ausgehen wird. Was aber auf jeden Fall auch nochmal interessant ist, ist nämlich heute ein AMA um 18 Uhr deutscher Zeit. Und hier wird auf jeden Fall einiges noch an Fragen beantwortet. Wer da noch sein wird, ob das David sein wird oder auch Dan, whatever. Das steht hier an dieser Stelle leider nicht. Jedenfalls hier oben nicht. Dementsprechend müsst ihr euch natürlich dort ein bisschen auch gedulden, bis das Ganze kommt. Ansonsten werde ich euch das Ganze natürlich auch zusammenfassen, wie immer, hier im nächsten Video dann. Es gab außerdem noch ein weiteres Interview, was wahrscheinlich schon viele erwartet haben. Und zwar nämlich das Binance-Interview. Und zwar nämlich hier mit Binance New Zealand. Ja, im Prinzip gab es aber dort wirklich keine relevanten Dinge, die man jetzt hier nennen kann. Es wurde natürlich darüber geredet, was ist, wie, wie und so weiter und so fort. Ein bisschen vorgestellt, etc. Aber jetzt keine wirklichen Key-Punkte, die ich euch jetzt hier wirklich erzählen kann. Ihr könnt es euch gerne nochmal selber anhören. Ich packe euch auf jeden Fall den Link unten in die Videobeschreibung. Aber an dieser Stelle gab es wirklich nichts super relevantes, was man hier jetzt nennen könnte. Der OMI-Token wurde auch nicht erwähnt. Das heißt, da wurde auch in keiner Weise irgendwie Werbung oder so gemacht. Ja, mal schauen auf jeden Fall, wo es da mit dem ganzen Podcast noch hingeht. Vielleicht gibt es ja nochmal ein zweites Interview, wo es dann nochmal vielleicht um OMI geht. Who knows? Kann man auf jeden Fall noch hoffen. Anschließend würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall noch ganz kurz den Kryptomarkt an. Der sieht nämlich momentan weiterhin sehr, sehr positiv aus. Insgesamt 3,8% sind wir jetzt hier beim Bitcoin gerade im Plus. In den letzten 14 Tagen sind wir auf jeden Fall hier weiter schön am steigen. Wir haben jetzt gestern sogar hier die 28.500er Marke gebrochen. Sind immer ein bisschen runtergefallen, sind aber auf jeden Fall weiter am steigen. Das wird wahrscheinlich unter anderem daran liegen, dass hier die Fed auf jeden Fall die Gelddruckmaschine angeschmissen hat. Wie viel denn wirklich in den Risikoersatz ankommt, das werden wir auf jeden Fall sehen. Aber auf jeden Fall, was Fakt ist, das Vertrauen in die Banken ist einfach deutlich geschwächt. Und da könnte auf jeden Fall hier die Flucht dann in Bitcoin sozusagen entstehen. Es gibt ja zum Beispiel diese eine Wette mit einem ehemaligen Coinbase-Mitarbeiter, der dort gewettet hat mit einem anderen Twitter-User, dass hier Bitcoin in den nächsten 90 Tagen auf eine Million US-Dollar gehen könnte. Beziehungsweise er wettet darauf und der Twitter-User dagegen. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Wette. Da geht es im Prinzip wirklich um eine Million Euro beziehungsweise US-Dollar. Falls der Twitter-User gewinnt, bekommt er eine Million und falls der Coinbase-Mitarbeiter aber gewinnen sollte, bekommt er eine Million Euro. Das Ganze ist in einem Smart Contract zum Beispiel zusammengefasst. Und der Coinbase-Mitarbeiter ist an dieser Stelle am Specku denn darauf, dass es in den nächsten 90 Tagen zu einer Hyperinflation in den USA kommen sollte. Es ist auf jeden Fall momentan im Bankenwesen, im Finanzwesen extrem viel los. Ich kann euch nur raten, hier euch wirklich auf dem Laufenden zu halten, um frühestmöglich auch zu handeln, bevor dann vielleicht die ganzen Infos in den Nachrichten kommen. Zum Beispiel auf Twitter hier, Hoss bringt da eigentlich immer ziemlich aktuelle News. Kann ich euch nur empfehlen, die Glocke auf jeden Fall zu aktivieren. Ich persönlich beziehe da auch ehrlich gesagt die meisten Daten her, die ich bekomme. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video doch sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf den Farisig bei dir fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend, einen schönen Start in die Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! ... Untertitelung. BR 2018